Hi und willkommen zu diesem kleinen Testvideo zur neuen ForSmart Enterprise Ultra Power Bank. Wir haben hier eine wahre High-End Power Bank vor uns. So soll diese laut Hersteller 26.800 mAh Kapazität bieten, wie auch eine Ausgangsleistung von satten 240 Watt. Hinzu kommt ein sehr detailliertes Display, wie auch eine kabellose Ladefunktion, welche bei anderen High-End Power Banks so gar nicht zu finden ist. Wollen wir uns in diesem kleinen Video einfach mal ansehen, wie gut die Power Bank ist, wo sie ihre Stärken und wo sie ihre Schwächen hat. Die Enterprise Ultra ist eine absolute High-End Power Bank. Entsprechend verwundert es auch nicht, dass diese, ja, ich nenne es mal schon ein ziemlicher Brocken ist. Zumal ForSmart hier auch auf ein Gehäuse aus Metall setzt. Entsprechend ist die Power Bank sehr massiv, stabil und fühlt sich einfach hochwertig an. Aber lediglich auf der Front haben wir so ein kleines, ja, ich nenne es mal Feld, das mit einem Leinstoff bespannt ist. Dies hat auch einen Sinn, denn unter diesem Feld befindet sich ein kabelloses Ladepad und so wird verhindert, dass dein Smartphone, ja, auf der Power Bank kratzt, was entweder die Power Bank zerkratzt oder halt dein Smartphone. Mit satten 632 Gramm ist die Power Bank, ja, schon etwas schwerer, allerdings jetzt auch nicht, ich nenne es mal extrem schwer. Beispielsweise die große Anker Prime bringt satte 679 Gramm auf die Waage. Das heißt, diese sieht jetzt im ersten Moment vielleicht etwas kleiner und schmäler aus, ist aber sogar noch schwerer und halt auch ein gutes Stück dicker. Also von daher, ich nenne es mal für die technischen Daten, gehen die Abmessungen soweit in Ordnung und die Power Bank fühlt sich auch wirklich gut verarbeitet an. Sicherlich das Wichtigste an dieser Power Bank sind aber die Anschlüsse. So wirbt ForceMarts hier mit einer Leistung von bis zu 240 Watt. Jetzt könntest du im ersten Moment denken, oh, 240 Watt, das ist ja die neue maximale Ausbaustufe des neuen USB Power Delivery 3.1 Standard. Vielleicht haben wir hier die erste Power Bank, die das unterstützt. Leider nein. So haben wir hier weiterhin zwei, ich nenne es mal normale 100 Watt USB-C Ports. USB-C 1 und USB-C 2 können gleichzeitig auch diese 100 Watt liefern. Daher kommen wir auch auf diese hohe Ausgangsleistung. Zudem haben wir einen weiteren USB-C Port mit 30 Watt, wie auch einen USB-A Port mit Quick Charge mit ebenfalls 30 Watt. Ich finde es hier etwas schade, dass wir in einer modernen High-End Power Bank noch nicht, zumindest, dass ich jetzt mal 140 Watt Laden habe. Allerdings in der Praxis, ja, ich denke, die meisten Nutzer werden noch kein 140 Watt Notebook haben, nenne ich es mal. Und 100 Watt ist auch, ich nenne es mal, schon ein ordentliches Stück Leistung. Vor allen Dingen, wenn die Power Bank zweimal 100 Watt auch wirklich ausgeben kann. Wir können uns die Leistung dieser Power Bank auch einmal ganz kurz etwas im Detail ansehen. So habe ich hier einen sogenannten USB-Power Delivery Trigger. Dieser kann auslesen, welche Leistungsstufen die Power Bank laut eigenen Angaben, nenne ich es mal, deinen Endgeräten anbietet. Und da sehen wir jetzt mal zunächst einmal das zu erwartende Bild. Wir haben hier die üblichen Stufen. 5 Volt, 3 Ampere, 9 Volt, 3 Ampere, 12 Volt, 3 Ampere, 15 Volt, 3 Ampere und die große 20 Volt, 5 Ampere Stufe. 20 mal 5, 100, 100 Watt. 100 Watt nach dem USB-Power Delivery Ladestandard. Dies ist der Ladestandard, den beispielsweise Apple bei seinen Geräten verwendet, aber auch Google bei seinen Pixel, Samsung bei seinen Galaxy S-Smartphones, Dell bei seinen Notebooks und so weiter. Entsprechend ist diese Power Bank zu allen, ja ich nenne es mal, westlich orientierten Modellen sehr, sehr gut kompatibel und kann diese auch mit einem sehr hohen Tempo laden. Und das funktioniert in der Praxis auch absolut tadellos. Ich habe diese Power Bank am Apple MacBook Pro 13 M1 getestet, am Dell XPS 13, an meinem Google Pixel 8 Pro, am Apple iPhone und so weiter. Überhaupt keine Probleme, aber das ist auch so zu erwarten. Das ist eine, ich nenne es mal, der Schönheiten des USB-Power Delivery Standards, dass dieser sehr weit verbreitet ist. Allerdings bei, ich nenne es mal, chinesischen Smartphones kann es sein, dass du nicht das volle Ladetempo erreichen kannst, weil die chinesischen Smartphone-Darsteller so ein bisschen, ja ich nenne es mal, ihr eigenes Süppchen ganz gerne kochen. Vielleicht konntest du aber noch etwas anderes Interessantes sehen, das ist jetzt gerade Instant-Beigegangen, deswegen musste ich da einmal kurz drücken. Und zwar unter der 20 Volt Stufe haben wir noch etwas und zwar 3,3 bis 11 Volt bei bis zu 5 Ampere. Das ist die sogenannte PPS-Stufe. PPS steht für Programmable Power Supply. Was bedeutet das? Innerhalb dieses Bereiches, 3,3 bis 11 Volt, kann die Powerbank, wenn dein Smartphone es unterstützt und möchte, eine beliebige Spannung ausgeben. Beispielsweise dein Samsung Galaxy S23 Ultra, welches PPS nutzt, sagt, oh jetzt zum optimalen Laden brauche ich 8 Volt. Nach dem normalen USB-Power Delivery Standard könnte diese Powerbank keine 8 Volt ausgeben, sondern nur 5 oder 9. Mit PPS kann diese Powerbank 8 Volt ausgeben bei bis zu 5 Ampere. Sie könnte auch 11 Volt ausgeben und so weiter. Nicht viele Smartphones nutzen PPS, allerdings primär halt die Samsung Galaxy S-Modelle, S23 Ultra. Ein S23 Ultra würde beispielsweise an einer Powerbank, die kein PPS unterstützt und PPS ist komplett optional. Diese Powerbank muss, um den USB-Power Delivery Standard zu erfüllen, nicht PPS unterstützen, kann es aber. An einem nicht PPS-fähigen Ladegerät oder Powerbank würde ein S23 Ultra beispielsweise mit maximal 14 Watt laden. An dieser Powerbank würde das S23 Ultra mit den vollen 45 Watt laden. Allerdings muss man auch dazu sagen, ein bisschen schade, aber in der Praxis bisher nach meinem Wissen nicht relevant. Du kannst sehen, wir haben hier halt 3,3 bis 11 Volt bei bis zu 5 Ampere. Die volle PPS-Stufe würde 3,3 bis 21 Volt bei bis zu 5 Ampere sein. Das heißt, wir haben sozusagen am oberen Ende der Spannung, ja, fehlt der Powerbank so ein bisschen was, nenne ich es mal. Allerdings, mir ist derzeit einfach kein Gerät bekannt, das irgendwie, ich nenne es mal, eine Spannung über 11 Volt bei PPS nutzt. Das S23 Ultra ist, ich nenne es mal da, das herausstechende Smartphone in Anführungszeichen und das nutzt nicht mehr als 11 Volt. Das lädt in der Regel bei irgendwo, sagen wir mal, 8 bis 10 Volt. Also von daher, das passt, nur so als kleiner Hinweis, dass hier nicht die absolute Maximal-Range unterstützt wird, sondern nur eine, ich nenne es mal, große Range. Bei High-End-Powerbanks, die 100 Watt oder mehr liefern können, müssen wir uns immer eine Frage stellen. Kann denn die Powerbank auch wirklich konstant die volle Leistung liefern? Sehr, sehr viele 100 Watt oder 140 Watt Powerbanks können das nämlich nicht. Und leider kann es hier die 4Smart Enterprise Ultra auch nicht. Sie kann prinzipiell 100 Watt liefern. Können wir jetzt hier gerade, ich habe jetzt eine elektronische Last angeschlossen, mit dieser kann ich sozusagen eine beliebige Leistung aus der Powerbank konstant ziehen. Das machen wir jetzt mal, wir ziehen jetzt mal 100 Watt aus der Powerbank, dass du sehen kannst, dass es prinzipiell geht. Du kannst sehen, was haben wir hier, 99,6, also das passt. Die Powerbank liefert jetzt hier gerade plus minus 100 Watt. Allerdings ist mir im Test aufgefallen, dass sobald die Powerbank eine Restkapazität von 30 Prozent unterschreitet, werden beide USB-C-Ports gedrosselt auf 65 Watt. Und das hat auch keine Temperaturprobleme oder sowas als Hintergrund, sondern die Powerbank, ja sobald 30 Prozent Restladung unterschritten wird, werden einfach die USB-C-Ports, die 100 Watt-Ports auf 65 Watt gedrosselt. Das kann an der internen Spannung liegen, die dann, ich nenne es mal, der Akkuzellen zu stark sinkt, dass die Powerbank dann nicht mehr die volle Leistung liefern kann. Oder an, ich nenne es mal, solchen Dingen. Es ist natürlich etwas schade. Und die Powerbank übrigens bei, wenn du ein Notebook hier anschließt, selbst wenn es keine 100 Watt zieht, sobald 30 Watt unterschritten wird, gibt es immer so einen ganz kurzen, ich nenne es mal Disconnect, wo die Powerbank, ich nenne es mal, die Ports neu justiert, dass die auch sagen, hey, wir können nur 65 Watt liefern. Das ist schade. Bei einer Powerbank, die mit solch hoher Leistung wirbt, ja, hm, etwas unschön. Gut, ich denke, in der Praxis geht das in der Regel in Ordnung, aber es wäre natürlich besser, wenn die Powerbank, ich nenne es mal, durchgehend immer die volle Leistung liefern könnte. Und ja, selbst wenn du sie bei 30 Prozent dann, ich nenne es mal, abkühlen lässt, die Leistung geht dann nicht wieder hoch, sondern sie bleibt dann bei 65 Watt. Ein Highlight und ein großer Pluspunkt der Powerbank wiederum ist das schöne Display. So kannst du sehen, haben wir hier ein kleines, ja, LCD-Display, welches dir für jeden Port gerade anzeigt, welche Spannung ausgegeben wird und welche Leistung ausgeben wird. Du kannst gerade sehen, USB-C1 ist aktiv. Wir ziehen laut Display 100 Watt gerade aus dem Port und ja, mein Messgerät bestätigt 99, irgendwas. Also das passt. Die Werte sind auch soweit stimmig. Zudem kannst du auch sehen, wie der aktuelle Ladestand in Prozent ist. Hier hätte ich mir gewünscht, dass diese Zahl vielleicht etwas größer ist. Also die ist schon sehr, sehr klein da oben angezeigt. Aber prinzipiell liebe ich es, wenn Powerbanks, ich nenne es mal, solch ein detailliertes Display haben. Denn das ist so oft einfach nützlich. Du hast ein Smartphone und das lädt irgendwie gefühlt zu langsam, aber du bist ja nicht sicher. Ja, täuscht mich hier mein Gefühl vielleicht etwas. Du kannst es hiermit einfach sehen, wie viel Leistung, ich nenne es mal, rein oder raus geht. Mit Hilfe solch einer elektronischen Last messe ich auch die Kapazität von Powerbanks. So kann ich mit dieser, die Powerbank bei, ich nenne es mal, einem konstanten Tempo bei verschiedenen Spannungs- und Leistungsstufen entladen. Beispielsweise bin ich jetzt hier auf 9 Volt gegangen und 1 Ampere, was wieder ein relativ, ich nenne es mal, langsames Entladen ist, was eher so, ich nenne es mal, Kategorie Smartphone entspricht. Leider waren die Werte hier, na, so semi gut. Ich muss mal ganz kurz mein kluges Büchlein zurate ziehen. Und zwar kam ich hier im besten Fall auf eine Kapazität von 21.889 Milliampere Stunden beziehungsweise 80,9899 Wattstunden. Dies entspricht 82% der Herstellerangabe. Das ist soweit erstmal okay. 82% der Herstellerangabe passt. Allerdings im schlechtesten Fall, 5 Volt 1 Ampere, also bei einer sehr niedrigen Last, kam ich lediglich auf 18.969 Milliampere Stunden beziehungsweise 70,1845 Wattstunden, was 71% der Herstellerangabe entspricht. Das ist wieder ein relativ, ich nenne es mal, dünner Wert. Im Schnitt kam ich auf 20.350 Milliampere Stunden beziehungsweise 75,2995 Wattstunden, was 76% der Herstellerangabe entspricht. Schwieriger Wert. Normalerweise sage ich, eine gute Powerbank sollte 80% plus der Herstellerangabe bei der Kapazität erreichen. Warum sind 80% plus schon gut? Und die Herstellerangabe bei Powerbank bezieht sich immer auf die verbauten Lithium-Ionen-Akku-Zellen. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass hier weiterhin, ich nenne es mal, die vollen 26.800 Milliampere Stunden Akkukapazität drin steckt, aber durch das Entladen, durch beispielsweise Dinge wie das Display, das Display benötigt natürlich, ich nenne es mal, besondere Elektronik, die halt die Leistung misst und so weiter, geht immer etwas Energie in Form von Wärme, beim Display jetzt hier im Fall, Licht beispielsweise, verloren. Ebenfalls ist es bei absoluten High-End-Powerbanks nicht unüblich, dass die, ich nenne es mal, kapazitätstechnisch ein bisschen dünner ausfallen. Das liegt einfach daran, dass diese Powerbank, ja, sie kann im Maximum, wenn du mehrere Geräte hier anschließt, bis zu 240 Watt liefern. Entsprechend, ja, ist die Elektronik, ich nenne es mal, halt auf diese super hohe Leistung optimiert, was dann oftmals bei, ich nenne es mal, sehr niedriger Last, ja, eher ein Nachteil ist. Allerdings, ja, deswegen, es geht in Ordnung, ich drücke jetzt hier mal beide Augen zu, aber es ist definitiv in ihrer Klasse nicht die Powerbank, ich nenne es mal, mit der praktisch höchsten Kapazität. Ist die Powerbank nun leer, wie lange dauert das Laden? Die Powerbank kann laut Hersteller mit bis zu 100 Watt geladen werden. In meinem Test kam ich an einem 100 Watt USB-C Ladegerät auf bis zu 97 Watt, was also, ich nenne es mal, plus minus die Herstellerangabe entspricht. An einem 100 Watt Ladegerät brauchte die Powerbank bei mir eine Stunde und 43 Minuten für eine vollständige Ladung. Nicht absolut rekordverdächtig, aber unter zwei Stunden ist schon, ich nenne es mal, eine starke Leistung. Da gibt es nichts, was ich, da kann ich einfach nicht zu laut meckern. Auch wenn es sicherlich ein paar Powerbanks schon gibt, die das schon unter einer Stunde schaffen. Aber das ist eigentlich, ich nenne es mal, absolut vernünftiges Tempo. Spannend, die Powerbank kann auch gleichzeitig geladen und entladen werden. Wenn du das allerdings tust, wird beispielsweise, also du lädst über den primären USB-C Port und entlädst über den zweiten USB-C Port, dann wird der zweite USB-C Port auf 65 Watt gedrosselt. Dennoch, ich nenne es mal, ein nettes Feature, kann nützlich sein. Du hast beispielsweise nur ein USB-C Ladegerät, das einen Port hat und du willst gleichzeitig dein Smartphone oder dein Notebook und die Powerbank laden, dann kannst du sozusagen durch die Powerbank hindurch laden und wenn dann dein Notebook an der Powerbank angeschlossen voll ist, dann lädt die Powerbank voll, musst du nicht hin und her stecken. Also eigentlich ein schönes Feature, funktioniert bei dieser Powerbank. Etwas, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das kabellose Ladepad auf der Oberseite. So haben wir in dieser Powerbank eine 10 Watt kabellose Ladefunktion. Du kannst also einfach dein Smartphone nehmen, hier so plus minus drauflegen, man muss, glaube ich, die Taste drücken, damit er da auch einmal kurz anspringt. Bisschen positionieren, wir haben hier leider kein MagSafe oder sowas. Und wenn man es richtig positioniert hat, ich glaube, man muss es relativ weit runter schieben. Da haben wir es. So, dann funktioniert das auch. Offen gesagt, das ist ein Feature, das ich bei einer Powerbank nicht brauche. Vor allen Dingen nicht, wenn es nicht Apple MagSafe ist. Apple MagSafe ist was anderes. Dann klebt sich die Powerbank ja wirklich an dein Smartphone ran und du weißt auch, wie es perfekt ausgerichtet ist. Aber hier musst du es so sehen, ich weiß jetzt hier gerade gar nicht, wo bei meinem Pixel-Wucht geladen, kabelloses Laden, da haben wir es wieder, wo genau das kabellose Ladepad ist. Und ich finde, ja, wofür? Klar, logisch, du könntest die Powerbank jetzt ans Netz anschließen und dann als kabelloses Ladepad zu Hause nutzen. Die Powerbank immer, ich muss mal am Netz angeschlossen lassen, aber ja, ist das was, was man braucht? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. An dieser Stelle zunächst einmal für die Transparenz. 4Smarts hat mir diese Powerbank für einen Test ungefragt zur Verfügung gestellt. Genau genommen war sie bei mir einfach in der Post. Aber gut, ich freue mich. Eine High-End-Powerbank, die ich dir hier im Video und im Test präsentieren kann, sage ich natürlich nicht zu Nein. Entsprechend gab es aber natürlich auch irgendwie keine Absprache oder Ähnliches. Was halte ich nun von der wundervollen Enterprise Ultra? Ich denke, es ist eine gute Powerbank. Du könntest es wesentlich schlechter treffen als mit ihr. Allerdings ist sie selbst im 4Smarts, ich nenne es mal Ökosystem, nicht mein Favorit. So ehrlich muss ich sein. Warum? Wie so oft ist das Thema halt Preis. 4Smarts möchte für diese Powerbank über 200 Euro haben. Das ist natürlich schon ein saftiger Preis. Es gibt sicherlich noch teurere Powerbanks, aber es gibt halt auch viele Modelle, die besser sind und weniger kosten. Sogar von 4Smarts selbst. Also sage ich hier die Graphen Pro oder die Lucid Ultra, die ich, das hier ist die Lucid Ultra, die ich hier habe, würde ich eher kaufen als sie, wenn ich ehrlich bin. Denn diese beiden Powerbanks sind günstiger und aus meiner Sicht sogar noch ein Stückchen besser. Hier gerade die Lucid Ultra ist eine witzige Powerbank. 40.000 mAh, 100 Watt Ausgangsleistung. Schönes Ding. Was habe ich an ihr zu kritisieren? Was mag ich an ihr? Zu kritisieren hätte ich zunächst einmal, dass sie nicht konstant 100 Watt liefern kann. Wir haben hier zwei 100 Watt USB-C-Ports. Schön, aber ab 30% Restladung haben diese sich bei mir einfach auf 65 Watt runtergedrosselt. Ich denke, es ist in der Praxis kein Drama. Ja, das geht in Ordnung, denke ich. So ehrlich muss ich sein. Aber es ist halt eine High-End-Powerbank und da wünscht man sich mittlerweile, dass die halt dann auch konstant, ich nenne es mal, durchpowert, gerade wenn halt mit 250 Watt Leistung geworben wird. Schön wären vielleicht auch noch 140 Watt USB-C-Ports gewesen. Haben wir aber leider nicht. Prinzipiell, aber ansonsten, ich nenne es mal, ist alles in Ordnung. Die Powerbank verhält sich gut. Sie hat ohne Probleme mit meinen Notebooks funktioniert. Die Ausgangsleistung wird auch, ich nenne es mal, in den 70% erste Kapazität absolut problemlos gehalten. Die Powerbank hatte bei mir im Test auch keine Probleme irgendwie mit Übertemperatur. Das Wiederaufladen der Powerbank, 0 auf 100%, ging mit einer Stunde 43 Minuten, ich nenne es mal, ausreichend flott. Kapazität, ja, ein bisschen dünn, nenne ich es mal. So im Schnitt bei mir 20.350 mAh. Geht noch in Ordnung, nenne ich es mal. Aber auch nicht perfekt, ganz klar gesagt. Gehäuse und Haptik ist sicherlich einer der größten Pluspunkte. Solides Metallgehäuse. Also die Powerbank fühlt sich wirklich gut an. Die fühlt sich besser an als eine Anker Poireim. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Auch hier vorne dieser Leinenstoff vor dem kabellosen Ladepad. Finde ich schön. Das ist einfach in der Hand. Mag ich die Powerbank. Ich mag auch das Display, das hier detailliert aufschlüsselt, welcher Port gerade wie viel Leistung bekommt oder aufnimmt. Das ist alles soweit super. Halt, was mich ein bisschen stört, ist einfach der Preis. Über 200 Euro finde ich was viel. Wenn hier beispielsweise die Lucid Ultra für, ich glaube, 199 Euro Listenpreis verfügbar ist, würde ich eher die da kaufen. Aber ansonsten, wenn du die Powerbank hier zu einem, ich nenne es mal, guten Kurs bekommen kannst, kannst du mit ihr absolut zufrieden sein. Wie gesagt, du könntest es viel, viel schlechter mit dieser erreichen. Aber schau dir auch mal die 4Smart Graphene Pro und die 4Smart Lucid Ultra. Zur Lucid Ultra gibt es auf jeden Fall einen Test bei mir auf dem Kanal. Ich weiß gar nicht, habe ich die Graphene Pro schon mal bei TechTest jetzt hier in Videoform getestet? Schau mal, vielleicht habe ich es getan. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Würde ich mir die beiden mal ansehen. Und ja, vielleicht ist das hier aber doch für dich eine sehr, sehr schöne Powerbank, gerade wenn du, ich nenne es mal, auch das kabellose Laden und das Design magst, nenne ich es mal. So, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dieser kleine Test konnte dir so ein wenig weiterhelfen.